Guten Tag Leute, Leo hier mit einem neuen Gameplay. Es ist Sleeping Dogs, nicht Watch Dogs, bitte nicht verwechseln. Und ja, wir spielen Wei Sheng. Das ist ein wahrscheinlich Japaner, Chinese, keine Ahnung. Wir sind hier in Hongkong, richtig. Wir sind hier in Hongkong und hier wird auf der falschen Straßenseite gefahren. Ich kriege gerade einen Anruf, brauchen wir nicht. Wir werden auf jeden Fall halt mal eine Story-Mission von diesem Spiel spielen. Von der ich jedoch den Weg kennen muss. Richtig, die werden wir einfach mal spielen, denn dieses Spiel ist verdammt cool. Also gucken wir mal, wie wir erstmal da hinkommen. Ja, wunderbar. Das Spiel ist schon etwas älter, ich weiß nicht, ich glaube 2011 war es rausgekommen. Aber ich versuche mal hier nicht alles kaputt zu rammen. So, da ist jetzt also... Ach Leute. So, wir versuchen uns jetzt mal hier ganz normal wie zivilisierte Menschen zu verhalten. Zu spät, ich habe Schläge entdeckt. Egal. Muss mich hier eben erst dann um die kümmern. So, schön einer aufs Maul. Übrigens ziemlich dummer Anfang des Gameplays. Also ich habe vieles geplant, aber nicht das. Oh, dann buffen wir den BD mal. So. So. So, den klatschen wir auch gleich mal da rein. So. So. Bäm. So. Da kommen aber noch mehr. Ihr seht da oben links, wie viel ich noch verprügeln muss, um hier dieses Gebiet halt versorgt zu haben, sage ich jetzt mal. So, danke. Das war nicht, was ich wollte. So. So. Ich würde sagen, dem wurde das jetzt ganz schön eingetrichtert. Das gibt es ja nicht. Kaum fängt das Gameplay an, fliegen hier schon die Funken, Fetzen, Funken, Blut und alles. Shit. Halleluja. So. Das gibt es nicht. Jetzt hat er mir auch noch das Auto geraubt. Ja gut, ich, ähm, okay, die Kamera hacken wir jetzt nicht, das ist etwas anderes. Ich werde jetzt einfach die Mission aktivieren, mehr wollte ich auch eigentlich nicht machen. Are you serious? Wait, get down here. Jesus, Ricky, what's happened? It's the 18K. They're all over the damn place. They're trying to kill Uncle Bo. Shit. So. Englische Sprachausgabe ist aber nicht meine Schuld. Oder was heißt Schuld? Ich habe nichts gegen Englische Sprachausgabe. Aber das Spiel ist halt original so verfasst. Also es gibt auch einige Originaltexte aus dem japanischen oder koreanischen. Mit dieser Sprache kenne ich mich allerdings nicht aus. Das heißt, Deutschuntertitel für mich und für euch. Habe ich aber nichts gegen. Und naja. So, oh, oh, nice. Das war Absicht natürlich. Ihr wisst, ich bin Rennprofi. Ich kann fahren. Gut. Wir fahren dann nochmal zu dem Ort, wo anscheinend die ganze Trouble, wo der Ärger ist. Mir fiel gerade das deutsche Wort nicht ein. Aber mit diesem Auto geht das doch recht schnell. War, ja, das war Absicht. Boah. Ja doch, das schaffen wir locker. Ach, schwach. Schwach. So, die 18k Mitglieder besiegen. Aufs Maul. So, direkt den Header gezogen. Den kanalen wir noch eben um. Headshot. Kein Headshot, aber auch ein ganz netter Kill. So. Na. Na. So. Hat die Kamera gerade aber leider ein bisschen rumgespackt. Das tut mir leid. Kann ich aber nichts für. Aber wartet. Wir gucken eben, was für Waffen die hier haben. Taktisch im Licht. Ja. Gut. Als ob ich ein Deckleid bräuchte. Brauche ich natürlich nicht. So. Wenn sie jetzt noch aus der Deckung gehen würde, das wäre wunderbar. Äh, ungeschickt bitte. Habt ihr... Hallo, ungeschickt? Wieso bin ich ungeschickt? Ich kriege hier die ganze Zeit Minuspunkte fürs ungeschickt sein. So. Einfach mal. Knaller drauf. So. Wir machen einen auf Max Payne. Es gibt hier auch eine Bullet Time in diesem Spiel. Ah. Gut. Nicht flawless alle mit Kopfschuss weggehauen. Ist nicht so schlimm. Den verprügeln wir. Bam. Ist natürlich jetzt dumm hier in diesem Bereich, dass hier so... Dass hier halt alles so eng ist. Das heißt, die Gegner klippen auch schon mal durch die Wände. Kann ich jetzt nichts dran tun. So. Aufzug nach oben. Müssen wir... Nein. Fährt automatisch. Hoppala. Hier geht die Party ganz schön gut ab. Ah, natürlich mit Tag Light. Das ist das Beste, was man in der Dunkelheit haben kann. Das ist das Beste. Oh, das ist das Beste. Ich will nur mal anmerken, dass ich gerade eigentlich ein relativ großes Maschinengewehr in der Hand hatte. Nein, Halle in Deckung oder was hier? Boah, bam, alle auf einmal. So läuft... Ah, neue Waffe. Wollte gerade sagen, so läuft das. So. Okay, so viel anders ist die Waffe auch nicht. So. Hacken. Schert. Ich hoffe nicht, dass es das Hacken ist, was ich vermute. Scheiße. Null und die Sechs sind richtig. Dann machen wir hier mal die Sechsen und aus Fun machen wir hier die Null hin. Und hier machen wir die Zweien, hier machen wir die Sieben hin. Null ist richtig, Sechs an der falschen Stelle, machen wir die da hin. Nein, kann nicht sein, dann muss die Sechs hier hin. Hier machen wir mal Zwei und hier ist die Sieben zu hoch. Dann machen wir hier Drei. Drei und die Sechs ist richtig, das kann nicht sein. Dann muss hier eine Drei hin. Die Sechs kommt dann hier hin. Dann müssen wir mal mit acht was gucken. Alles so richtig, Drei und Acht. Ja, abs, raus. Das hörte sich jetzt wahrscheinlich sehr kompliziert an, was ich hier für einen Schritt gemacht habe, aber das war letztendlich wirklich ein ganz simples Ding. Also, keine Sorge. Ich bin kein Übermensch. So, die Bullet Time ist natürlich eine verdammte große Vereinfachung einfach. Das war kein Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Upp, von beiden Seiten, ganz schlecht. Wieso bin ich denn ungeschickt? Da steht immer ungeschickt. Komm, scheiß drauf, wir nehmen die Pistole. Wir sind badass. Also, wir sollen jetzt jemanden verteidigen, dessen Namen ihr nicht kennt. Obwohl, doch Uncle Poe, wohl mehrmals gesagt, ist für euch unwichtig. Ist einfach eine wichtige Person. Merkt es euch. Oh, 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 vernichtend. Da habe ich ihm richtig schön, Herr, da besorgt. Ah. Hier verprügel ich. So. Stopp, es ist klar. Komm schon! Ich denke, wir sind klar. Das war knapp. Schönes Arbeit. Nein, Mann. Wir haben nur Glück gemacht. Wo war unser Backup? Wer schaut für uns? Oh, verdammt. Niemand schaut für dich in dieser Stadt. Ich weiß nicht, Mann. Es fühlt sich, dass das Spiel verändert hat. Es war ein Bruder. Es war ein Kode. Auch zwischen Rival-Triads. Jetzt töten wir uns an Wettungen. Auch in einem fucking Hospital. Und für was? Shit. Lass uns hier raus. Mehr Schäfer. Komm, komm, komm! Ah, geile Sache. Jetzt haben wir einen richtig geilen Wagen. Ja, fahren aber nicht. Gut, ist nicht das Schlechte. Ah doch, wir fahren. Geil. So. Wir kriegen jetzt natürlich derbe Minuspunkte für den Punktescore der Polizei. Ich bin Undercover-Kopf. Und da ist es nun mal super, wenn man Polizisten umbringt. Haha. Ist mir scheißegal. Ich habe schon so oder so zu wenig Punkte, um überhaupt... Ja, ihr seht's. Ich habe scheiß Dreck an Punkte. Ah. Ist ein bisschen schwierig mit Schießen und gleichzeitig Lenken. So. Ah. Ah. Wir hängen uns am Arsch, hungen sie. Müssen wir mal ein bisschen schneller hier durchfahren. Ja. Und geschafft. Ihr seht auch auf meinem Minimap. Und links. Ich denke, wir sind jetzt klar. Ich bin glücklich, dass du gekommen bist, Wei. Hoppala. Ich empfehle dich, Kon. Also, was ist nächstes? Es geht um Donko Bo. Aber ich glaube, war. Ja, ich glaube, wer? Diese Leute sind 18k. F***. Hoppala. Das mit Driften ist immer so eine Sache. Also generell in GTA-ähnlichen Spielen bin ich ja auch generell dazu geneigt, einfach alles umzufahren, weil... Ah. YOLO? Nein. Nein. YOLO ist keine Begründung. YOLO ist scheiße. So. Ben. Hey, Ricky. Keep it tight. There aren't that many decent guys left in this game. Alright. See you. Bye. So. Mission abgeschlossen. Ihr seht, ich habe einen sensationell sehr hohen Cop-Erfahrungs... Das war jetzt kein Deutsch. Ihr seht einfach, dass ich für die Cop-Erfahrung Scheiß wegbekommen habe. Egal. Aber das war eine Mission. Ich gucke mal auf die Uhr. Ja. Um die 15 Minuten. Das war richtig gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Commentary ein bisschen unsortiert, äh, halt ein bisschen ungeordnet vorkommen wird oder halt so wirken wird. Es ist halt vieles passiert, was ich nicht erwartet hätte. Egal. Egal. Die Mission war ganz cool. Äh, aber ich würde mal so behaupten, dieser Typ hat mich da oben komisch angeguckt. Was soll das denn? So, gehen wir da bitte hoch. Sag mal. Sauerei. Den nehme ich mir mit. Ach, komm mal mit. Nein. Geht nicht. Schade. Es hat keinen... Egal. So. Äh. Arschloch. Gut. Das war's mit dem Gameplay also. Vielen Dank fürs Anschauen. Frohe Weihnachten gehabt zu haben an euch noch alle. Das war schon wieder kein Deutsch. Egal. Ich hab euch nicht vergessen irgendein Weihnachtsvideo zu bringen, aber ich hab's nicht so mit Daten und so. Zumindest mit Videos und so. Gut. Genug Scheiße gelabert. Danke fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.